Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Jäger Gaming. Hier findet ihr deutsche Gameplays zu alten und auch zu neuen Spielen. Diese habe ich für euch in Playlisten und in verschiedene Kategorien bzw. Genres unterteilt, damit ihr leichter alles finden solltet. Diese Genres unterscheiden sich zum Beispiel in Rennspiele, Simracing, sprich Simulationen, darunter fallen Formel 1, Rackfest und Dirt 4 und noch andere natürlich. Dann haben wir Action und Abenteuer wie Assassin's Creed Odyssey, Origins, Watch Dogs 1 und 2, Star Wars Jedi Fallen Order. Dann haben wir eine Kategorie, die ist kombinierend aus Action und Abenteuer und Shootern. Darunter fallen Rage 2, Far Cry 4 und 5, New Dawn und noch andere natürlich. Dann die reine Ego-Shooter und Third-Person-Shooter-Geschichte wie COD Modern Warfare, sprich Warzone, Ghost Trick and Breakpoint, Doom, Sniper Elite 4 und noch weitere natürlich. Im letzten haben wir noch die Rollenspiele und Indies. Da unterfallen Witcher 3, The Surge, Mittelerde und Punch Club. Somit sollte für jeden etwas dabei sein. Wenn natürlich ein Game dabei ist, was ich noch gar nicht aufgenommen habe, was aber richtig gut sein sollte, könnt ihr mir gerne unter Diskussion schreiben oder ihr schreibt mir direkt hier drunter einen Kommentar, dann werde ich sicherlich auch darauf antworten und eventuell werde ich es auch spielen. Ansonsten kann ich nur sagen, abonniert den Kanal, damit ihr demnächst kein Video mehr verpasst, müsstet ihr noch die Glocke aktivieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann, haut da rein.